Herzlich willkommen bei der Firma Moser Mechanik, einem Familienunternehmen im bernischen Fruttigen im Kandertal. Unser traditioneller Betrieb, geführt in der dritten Generation, wurde 1895 gegründet und ist spezialisiert auf die Herstellung von einfachen bis komplexen Hydraulik- und Apparatebauteilen. In unserer Geschäftsleitung, bestehend aus Hans-Jürg Moser und seinem Sohn Konrad, finden Sie die idealen Ansprechpersonen, wenn es um die Erfüllung Ihrer Wünsche geht. Die moderne ERP-Software bildet sämtliche relevanten Prozesse transparent ab. Für eigene, revolutionäre Neukonstruktionen setzen wir leistungsfähige CAD-Software ein, mit der sich auch kundenspezifische Wünsche realisieren lassen. Als innovativer, effizienter und zuverlässiger Partner sind wir uns gewohnt, innerhalb unterschiedlicher Marktbedingungen zu agieren. Dank der Produktionsplanung und Steuerung sind für uns neuere Geschäftsmodelle wie die Fertigung nach Vorkast kein Fremdwort. Der elektronische Leitstand ist unsere Informationszentrale. Freie Kapazitäten sind auf einen Blick ersichtlich. Ebenfalls werden Engpässe erkannt und können schnellstmöglich behoben werden. Eine frühzeitige Koordination der Termine mit dem einzelnen Kunden ist so gewährleistet. Dies bildet eine optimale Grundlage für unsere starke Kundenorientierung. Unsere langjährigen motivierten Mitarbeitenden und ein moderner Maschinenpark gewährleisten, dass wir jegliche Art von Bestandteilen in Kleine- bis Mittelserien in verschiedensten Materialien herstellen können. Wir sind seit 1997 lückenlos zertifiziert. Hohe Qualität, Termintreue und eine umfassende Kundenorientierung sind unsere obersten Gebote. Auf Wunsch fertigen und montieren wir auch ganze Baugruppen. So stellen wir seit Jahren komplette, hochpräzise Rückschlagventile her und prüfen diese zu 100% auf ihre Funktionsfähigkeit. Durch Zugang zu unserem umfangreichen Fertigwarenlager sind wir auch in hektischen Zeiten der zuverlässige, unflexible Partner, der dringende Kundenbedürfnisse in der Regel in kürzester Zeit erfüllt. Gerne würden wir Sie mit unserem Qualitätsbewusstsein, unserer Vielseitigkeit und Flexibilität begeistern und Sie zu unseren zufriedenen Kunden zählen. Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Website. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.